Wir sind jetzt seit gut drei Monaten dabei und sind total begeistert. Der größte Erfolg, den wir bisher erzielen konnten, ist, dass wir es die letzten zwölf Monate nicht geschafft haben, einen für uns passenden Mitarbeiter zu finden. Mit Svens Methode das Ganze in gut 14 Tagen geklappt hat. Also man merkt einfach, dass Sven aus dem Handwerk kommt und das Ganze auch lebt. Und das Besondere an dem Training ist die Nähe zu allen Ansprechpartnern, zu Sven selber und zu allem aus dem Mission Geiles Handwerk Team. Also wir sind wie gesagt total begeistert und ich kann das jedem Handwerksunternehmer nur empfehlen, zum Sven ins Coaching zu gehen und die Erfolge, die wir jetzt in dieser kurzen Zeit schon genießen durften, auch zu genießen. In diesem Training ist die Nähe zu sein und die Erfolge und die Erfolge im Untertitelung des ZDF, 2020